Auf jeden Fall ist es kalt. Wow. Ah, Y. Beziehungsweise Kreis. Das ist eine sehr gute Idee. Verschwinden einfach. Lass mich einfach in Ruhe. What? Das ist so undurchsichtig, dieses Spiel manchmal. Das ist so undurchsichtig. Das ist so undurchsichtig. Danke, mein Freund. Das ist so undurchsichtig. Komm schon. Das tat bestimmt weh. Das tat bestimmt weh. Das ist so undurchsichtig. Das ist so undurchsichtig. Das ist so undurchsichtig. Das ist so undurchsichtig. Nein, nicht einer von denen. Das ist so undurchsichtig. 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 Das ist fertig. Holy shit! Achso, ich... Wahrscheinlich kann ich die... Nice! Sehr gut! Fuck! Na, meine Granaten gerade nicht ausgereicht. Sehr gut! Nice! Nice! No, ich kann nicht mehr beiseiten! Miss! Ja, ich hab schon das Ende vor mir gesehen deswegen. Also, ich versuch nicht hier wegzunehmen. Holy shit, ey! Der ist richtig stark, der Typ. Ja, ich versuch nicht mehr. Ja, ich versuch nicht mehr. Boah, ich hab... Dauerfeuer. Boah, das ist... Ich hab Glitch gefunden. Oh, ich hab die Glitch gefunden. Oh, ich hab die Glitch. Ich hab die Glitch, fertig. Ach, Jungs, ey. Ihr wollt mich echt in die Träger, ne? Mein Glitch funktioniert nicht mehr. Ey, es funktioniert nicht, ey. Ich bin maßlos. Oh, der scheiße. Was soll ich denn machen, Jungs, ey? Ich bin doch ein Noob, Alter. Ach, Mann, Alter. Ey, ich werde das so zusammen cutten, Alter. Was mach ich denn? Wo spring ich denn hin? Das Leben ist schon sinnlos genug für mich, ich weiß. Okay, so... Jetzt funktioniert der Glitch wieder, oder was? Oh, das ist alles. Was soll ich machen, Freunde? Entschuldigung, bin ich tot.